Die Karteikartenfunktion von Visilex erleichtert es Ihnen, richtig zu lernen. Dazu sollen Informationen nicht nur vorübergehend gepaukt, sondern dauerhaft in Ihrem Gedächtnis gespeichert werden. Um eine emotionale Beziehung zum Inhalt aufzubauen, können Sie individuell Inhalte erstellen und bewerten. Hierdurch wird die Information in Ihrem Gehirn verankert. Der Psychologe Hermann Ebbinghaus hat durch Selbstversuche herausgefunden, dass man trotz intensiven Auswendiglernens bereits nach 31 Tagen nur noch ca. 10% des Wissens rekonstruieren kann. Die Lösung dieses Dilemmas ist simpel. Man muss die Informationen wiederholen. Visilex verwendet dazu einen mathematischen Algorithmus, den je nach Ihrer Sicherheit unterschiedliche Zeitabstände für die Wiederholungen festlegt. Wer regelmäßig Aufsätze und Falllösungen liest, wird es wissen. Es ist schwer, aus großen Mengen Informationen die neuen oder wichtigen herauszusuchen. Die Karteikarten von Visilex zerteilen komplexe Probleme in ihre Einzelelemente. Wie bei einem Zauberwürfel wird sie aus einer großen Problematik ein kleinteiliges, leicht erfassbares Modell. Schließlich vergisst man Informationen, die man nur mal gehört oder gelesen hat, leider sehr schnell. Daher verlangt Visilex von Ihnen, dass Sie zu jeder Karteikarte zumindest ein Stichwort aufschreiben, um Ihre Erinnerung zu fördern. Zudem müssen Sie bei jeder Abfrage die Sicherheit Ihres Wissens beurteilen. Diese Interaktion gewährleistet die dauerhafte Verankerung. Die Gesamtheit dieser Funktionalität ermöglicht Ihnen ein effizientes, dauerhaftes und damit letztendlich zeitsparendes Lernen.